Boah, wir sind bald richtig coole Typen, du. Ey, sind keine BWL-Spieler. Wir haben einen BWL-Song und für das Lied brauchen wir einen Spieler. We name the AdLibs. AdLibs? Okay. Oder so Basketball-Begriffe. Ich nenne das mal Basketball-AdLibs. You're not dribbled too much? Done. I'm done. Yes, stuff like that. You know, you got it. Der erste ist Swish. Okay. Swish. Ohne Ball am besten, oder? Ohne Ball ist cooler, ja. Ohne Ball ist auf jeden Fall cooler. Swish. Swish. Cross over. Cross over. Dribble, dribble. Dribble, dribble. Tweet, ha, ha. Step back. Step back. Double Dribble, Double Dribble. Double Dribble, Double Dribble. Dahle. Behind the Backboard. Behind the Backboard. Behind the Back, behind the Backboard. Behind the Back, behind the Backboard. You know, it's a shot. Something, another shot. Travelling. Travelling. Ah. Travelling. Step back. Tweet. Ha-roast. Over. Ha, 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 ha. Ssss. Cool, cool, cool. Alles ist cool. I just, I just. I just, I just. I just. When in the sky he jumped, he goes behind the back, behind the Backboard? Nein. Nein. Gott! 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 Frank! Frank! Als erstes haben wir noch so eine Love-Story-Kampagne, so Love for the Game. Wir lieben den Ball, wir lieben Basketball. Man nimmt den Ball in den Armen. Ja, sowas. Genau. Auch schön, sehr schön. Auch schön, genau. Guck ihn einfach mal so an, als wärst du verliebt. Da haben wir es schon. Dann mal umarmen. Einmal ganz im Kreis drehen mit dem Ball. Bisschen langsamer bitte. Noch eine Drehung. Jetzt noch einmal in die andere Richtung. Und jetzt noch einmal in die andere Richtung. Auch zwei Drehungen? Auch zweimal. Und tue es mal so, als ob du den gerade ansprichst im Club. So, hey, du auch hier? Hey, du bist auch hier? Cool. Bist du öfter hier? Cool. Ich habe dich schon ab und zu gesehen. Ja, brauchen wir sanfter. Sanfter? Sanfter? Ja, okay. Kann man dich kennenlernen? Hast du Instagram, irgendeine Nummer? Ja, das ist richtig cool. Facebook ist auf. Achtung, Baby. Ich habe jetzt die meisten Spieler hier schon, die ich cool fand. Da habe ich gefragt, ob die halt mal kurz Feedback geben können zu meinem Instagram-Profil. Natürlich. Ich mache so einen nicen Content. Weiß ich mache so einen nicen Content. Auch ein paar coole Pics. Auch so ein paar coole Pics. Meinst du, du könntest vielleicht auch so folgen? Sondern folgen? Ich kann ja gar nicht sagen. Ja, ich folge dir. Das ist kein Problem. Ja, man. Ey, cool. Mein Ziel ist, dass jeder Spieler in der Liga mich folgen. Jeder Spieler in der Liga folgen. Das wird so gut sein. Das wird so gut sein. Das wird so gut sein. Ja. Wow. Gibt es dann immer einen Follow-Back eigentlich? Ja, ich muss mir halt deine Seite angucken. Okay. Ja? Okay. Ich mache immer so eine Story mit dem Spieler. Und dass ich halt alle Spieler kenne. Okay. Ja, die sind die besten Buddys. Genau. Wir gehen dick was essen auf meinen Nacken. Alles gut, ja? Genau. Ich bin hier bei Media Day mit meinem Homie Phil. Und ich bin ihm gerade gefolgt. Und ich bin ihm gerade gefolgt. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Voll die gute Entscheidung. Don't tell anybody, because I'm not allowed to ask you. Don't tell anybody. So cool. Yo, wassup, yo, this is my man Phil. Make sure y'all go follow him, man. He knows all the BBL stuff. Every player. Yes. Yeah. Every player. So cool. So cool. Yo, what's up, guys? I'm Luke. This is Phil. He's a man to go to for anything BBL. I know him really good. Yes. That's so cool. So cool. Yeah, absolutely. So cool. Yo, was geht leute, ich bin hier bei Media. Day mit meinem Homie Phil. Gleich gibt es erstmal einen Follower und beste Entscheidung meines Lebens, ja? Yes. Yes. Cool. Nice. Cool, cool, cool. Oh, wir sind bald richtig coole Typen, du. Cool. Brother. Guten Tag, wie bist du? Oh, ein Kumpel von mir. BWL-Spieler. Cool. Boah, mega cool. Mega cool. Ja, jetzt wieder richtig angeben für mich. Richtig angeben. Jetzt kann ich richtig damit angeben. That's it? No, no, to wrap it up. To wrap it up. Just point at the camera. Just point at the camera. Yo Leute. Yo Leute. Yo Leute. This is BBL Media Day. I had a great time with my man Phil. With my man Phil. But what I didn't know. Is that I? Is that. Is that. Just got pranked. Just got pranked. If this was on a prank. Good prank. Yeah.